Wer ist eigentlich Daniel Kessbauer? Das bin ich und ich helfe Blasmusikerinnen und Blasmusiker, eigene Blasmusikkompositionen zu komponieren und zu arrangieren. Arrangieren bedeutet natürlich, dass die Melodie, die Komposition so ausgearbeitet wird, dass man die Noten ausdrucken und mit einem Blasorchester spielen kann. Ja, und das Ganze läuft so, dass innerhalb weniger Wochen bereits die erste Komposition komplett fertig sein kann und langfristig gesehen profitieren meine Schülerinnen und Schüler natürlich davon, dass sie selbstständig in der Lage sind, eben ihre eigenen Kompositionen so auszuarbeiten, dass es keinen Arrangeur mehr braucht. Was sind so typische Ergebnisse? Nun, wie schon erwähnt, lässt die erste Komposition in der Regel nicht lange auf sich warten. Das liegt daran, dass wirklich von der ersten Stunde an mit der eigenen Melodie gearbeitet werden kann. Sollte die Melodie jetzt noch nicht vorhanden sein, gibt es Techniken an die Hand, wie man sehr schnell zur eigenen Melodie kommen kann. Aber wenn man bereits eine Melodie im Kopf oder auf Papier hat, kann man mit dieser sofort weiterarbeiten. Und durch regelmäßige und sehr umfassende persönliche Betreuung können Fragen und Probleme, die während des Prozesses auftauchen, natürlich sofort gelöst werden, geklärt werden und auch Fehler werden dadurch natürlich auf ein Minimum reduziert. Ja, und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist in Bezug auf das Tempo, ist, dass die Konzepte und die Systematiken, die ich im Unterricht einsetze, leicht verständlich sind, ohne dass man sich jetzt vorher irgendwie noch groß in irgendwelche Fachthemen oder Fachbücher einlesen muss, sondern man kann sofort damit arbeiten und kommt dann recht schnell wirklich zu sichtbaren Ergebnissen. Ein sehr typisches Phänomen, was mir Teilnehmer immer wieder berichten, ist, dass sich die Wahrnehmung von Musik völlig verändert. Also sowohl Blasmusik im Speziellen als auch Musik im Allgemeinen, das Verständnis für die Musik ändert sich völlig. Und das wirkt sich nicht nur auf das Verständnis, auf die Wahrnehmung aus, sondern auch auf das Instrumentalspiel. Und auch das Gehör wird geschärft. Man erkennt deutlich besser die Zusammenhänge, man erkennt Schwerpunkte, man kann sogar einzelne Akkorde ganz anders deuten als noch vor dem Unterricht. Ja, ein sehr starker Punkt ist natürlich die Selbstverwirklichung. Also stell dir vor, du nimmst den gedruckten Notensatz, du hältst ihn in Händen und du nimmst diesen Notensatz von deiner Komposition mit in die Musikprobe. Und das ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis, wenn man seine Melodie zum ersten Mal wirklich gespielt hört, von Menschen gespielt hört, nicht vom PC-Programm, sondern von den Menschen. Und das ist immer wieder ein überwältigender Moment, weil man eben die Emotionen plötzlich, die werden ganz anders greifbar, wie wenn jetzt das Stück von einem PC-Programm gespielt wird. Und da kann man auch zu Recht stolz auf sich sein, wenn man es geschafft hat, seine Emotionen auf Papier zu bringen. Und noch dazu wird man mit jeder Komposition quasi unsterblich. Was sind so herausragende Ergebnisse? Nun, ich habe Teilnehmer, die schon einen Schritt weiter sind. Die haben schon eigene Stücke veröffentlicht, teilweise in Zusammenarbeit mit professionellen Arrangeuren. Und es ist faszinierend zu beobachten, dass es hier ganz wenig Input braucht, um bei denen wirklich den Turbo zu zünden. Also das ist wirklich krass. Die hauen dir auf zwei, drei Wochen jeweils eine Komposition, eine neue Komposition her. Und weil die einfach genau wissen, wie müssen sie rangehen, wie kommen sie schnell voran, wo sind gegebenenfalls Problemstellen, die sie aber mit entsprechenden Systemen und Techniken sehr, sehr schnell lösen können. Und das ist wirklich krass, dass die dann für ihre Besetzungen wirklich im, ja quasi Wochentakt, fast schon neue Kompositionen auf den Markt bringen. Ja, und dann gibt es Teilnehmer, die jetzt primär nicht mit der Intention, eigene Stücke zu komponieren, zu mir gekommen sind, sondern die möchten oder die wollten ihr musikalisches Wissen schärfen. Und erstaunlicherweise berichten die mir bereits wenigen Wochen nach dem Start des Unterrichts, dass sie in der Probenvorbereitung deutlich schneller und effizienter arbeiten, als auch in der Probe natürlich deutlich schneller vorankommen. Und da gibt es einen Teilnehmer aus Österreich, der trotzdem ein eigenes Stück komponiert hat. Und der hat es dann in die Musikprobe mitgenommen und konnte genau erklären, was er sich vorstellt, was er damit erreichen wollte und wie das klingen soll. Und das hat sich voll auf die Musiker übertragen. Die waren begeistert, weil er eben genau erklären konnte, wie das klingen soll. Und das war also wirklich ein faszinierendes Erlebnis für alle Beteiligten. Ja, und vielleicht fragst du dich, ob auch du diese Ergebnisse erreichen kannst. Und da ist ganz wichtig zu sagen, dass du Blasmusikerin oder Blasmusiker sein solltest. Wichtig ist nur, dass du Noten lesen kannst. Und wenn du schon eine eigene Melodie hast, ist super. Wenn noch nicht, auch kein Stress. Dann bekommst du für mir, wie gesagt, schon in den ersten Stunden dann Techniken an die Hand, wie du eben zur ersten Melodie dann relativ schnell kommen kannst. Was aber ganz wichtig ist, dass du eine Machermentalität hast. Das bedeutet, also wenn es mal ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger wird, dass du eben nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern wirklich dich da reinbeißt und eben durchkämpfst. Und dann steht auch dem Ergebnis quasi nichts mehr im Wege. Ja, und es gibt da noch ein Vorurteil, dass man ein Profi in Musiktheorie sein muss, damit man eigene Stücke arrangieren kann. Und da widerspreche ich ganz vehement. Also klar ist es vorteilhaft, wenn man Grundkenntnisse mitbringt. Aber ich versichere dir, alles, was du brauchst zum Arrangieren deiner Kompositionen, lernst du bei mir im Unterricht und nicht anhand eines trockenen Theorieunterrichts, sondern wirklich in der Praxis, sodass es auch ganz anders Spaß macht, sich mit der Materie zu beschäftigen. Also nochmal, du brauchst kein Profi in Musiktheorie sein. Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt ganz persönlich, ob das auch für dich Realität werden kann. Und die Antwort ist ganz klar, ja. Fang endlich an, deine Melodien, die du im Kopf hast, auf Papier zu bringen, auszuarbeiten, in die Musikprobe mitzunehmen und nicht nur dich, sondern auch andere damit zu erfreuen. Und lass dich auch gern von mir begleiten auf dem Weg hin zu deiner eigenen ersten Komposition und komm dazu auf www.melikus-akademie.de Trag dich dort für eine kostenlose Probestunde ein und gemeinsam schauen wir dann, wo du stehst und ob ich dir helfen kann. Schau dazu einfach jetzt auch in der Videobeschreibung nach. Dort habe ich den Link zur Homepage nochmal reingestellt und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. und ich freue mich,